Den Sondierungsparteien gibt es auch noch in der Steuerpolitik. Die CSU lehnt die Forderung der SPD nach einer schrittweisen Anhebung des Spitzensteuersatzes von 42 auf 45 Prozent ab, hieß es am Abend aus Verhandlungskreisen. Die Erhöhung soll nach SPD-Vorstellung als Ausgleich für Pläne dienen, den Spitzensteuersatz erst bei etwas höheren Einkommen greifen zu lassen. Demnach soll er statt bei knapp 55.000 Euro künftig ab 60.000 Euro Jahreseinkommen fällig werden. Eine Umsetzung der bisher bekannten Steuerpläne von CDU und SPD würde die Steuerzahler nach Berechnungen des Kieler Instituts für Weltwirtschaft weiter belasten, einigen sich Union und SPD. Die trotz der Differenzen auf ein Abschlusspapier muss ein SPD-Sonderparteitag am 21. Januar über eine mögliche Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Die Parteispitze hatte ergebnishoffene Sondierungen angekündigt. Vor diesem Hintergrund hob Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Neujahrsempfang die Stärke der Demokratie hervor, auch angesichts der schwierigen Regierungsbildung mehr als drei Monate nach der Bundestagswahl. Alle Blicke richten sich auf die Parteien und ihre Spitzenvertreter. Alle fragen sich, wie es nun weitergehen kann und soll, und das völlig zu Recht. Quelle n-tv.de Themen